Im Modell, also als Coupé, gibt es sieben Stück weltweit. Das ist schon ziemlich ein Stück weit. Leistung? Ich glaube 1.300 PS, glaube ich. Ja, ich glaube 1.250. Hennessy? 2.500 kg. Wie gesagt, es gibt sieben Stück, das ist Nummer 3. Außer am Motorhaus gekauft. Wo ist der Zehngefügt? Jetzt kann ich schon mal Süftiges machen. Wann die WPU kommen? Sieben Lieder. Ah, deswegen sind sie noch gleich langgeladen. Ausgabe, hast du das noch ein Medaille? Schön hier mit Kabul eigentlich. Das ist aber wirklich quasi, ne? Das ist eine Elise, dann schneiden die das komplette Heck wieder. Und bauen hier halt hier einen kompletten Olu, ne? Das ist doch nicht. Du, da fährt er los, ne? Du denkst, die Anlagen laufen noch nicht schlecht. Monat, 200, okay. Aber habe ich schon vielleicht ein bisschen. Hast du wohl geschält? Nee. Der gibt aber aus der Freie am Motorhaus. Das ist doch nicht. Ich spreche und zwar mit dazu, mit den Anlagen laufen. Und das ist doch nicht so. Das ist doch nicht. Ja, ich bin das. Und dann, Alter, das Ding schiebt auf meinen Kopf. 3.400, 8.000, 8.200.